Udo Arnold ist ein deutscher Historiker und Hochschullehrer. Wie kaum ein anderer kennt er die Geschichte des Deutschen Ordens. Leben Als Sohn eines Lehrerehepaars kam Arnold nach der Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei ins Bergische Land. Nach dem Abitur am Gymnasium Bergneustadt studierte er Geschichte, osteuropäische Geschichte, Germanistik, Musikwissenschaft, Philosophie, Pädagogik, Kunstgeschichte und Rechtswissenschaft an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Am historischen Seminar arbeitete er ab 1966 in einem Forschungsprojekt zur Landesgeschichte Preußens und zur Geschichte des Deutschen Ordens. 1967 Magna cum laude zum Dr. Phil, promoviert, leitete er ab 1968 die K-Sekunden Deutsch-Ordens-Zentralarchiv in Wien. Er kehrte 1970 nach Bonn zurück und habilitierte sich 1975 am Seminar für Geschichte, Didaktik der Geschichte und politische Bildung der Pädagogischen Hochschule Rheinland zum APL. Professor ernannt, vertrat er bis 1980 an der Universität Hannover den Lehrstuhl für Mediavistik. Ab 1986 leitete er den Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte an der Universität Bonn. 1992 erhielt er eine Gastprofessur an der Nikolaus-Kopenikus-Universität Torun, der er als Erasmus-Beauftragter verbunden blieb. Seit 1992 im Wechsel, seit 1997 allein war er geschäftsführender Direktor seines Bonner Seminars. 2005 wurde er pensioniert und mit der ehrenamtlichen Fortführung der Seminarleitung betraut. In der Erkenntnis, dass europäische Geschichte keine nationale sein kann, widmete Arnold sich seit 1965 vor allem der 800-jährigen Geschichte des Deutschen Ordens, denn dessen geistiger und politischer Einfluss reichte. Vom Heiligen Land bis in das Baltikum und nach Westeuropa. Mit ausländischen Autoren und Mitarbeitern machte Arnold diese Zusammenhänge auf Konferenzen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, in den Niederlanden, in Norwegen, Österreich, Polen und Russland deutlich. Von 1974 bis 1995 leitete er die Historische Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung. Arnold lebt in Bad Münstereifel. Auszeichnungen Stipendien und Preise Arnold Schäfer Stipendium der Universität Bonn Deutsche Forschungsgemeinschaft Forschungsstipendium am Deutschen Historischen Institut Rom Ehrengabe zum Ludwig D. Heo-Preis Westpreußischer Kulturpreis Sudeten Deutscher Kulturpreis Orden Großes Verdienstkreuz des Deutschen Ordens Verdienstmedaille der Nikolaus-Kopenikus-Universität Turun Offizierskreuz des Leopolds-Ordens Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen Bundesverdienstkreuz am Bande Ehrendoktorate Staatliche Universität Sarato Universität Ermland-Masuren zu Olsten Ehrenämter Ehrenvorsitzender der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung Präsident der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens Vorstandsmitglied vom Studienzentrum Oldenbiesen Beirat des Forschungszentrums für die Geschichte Westlitauns und Preußens an der Universität Klaipeda Vorsitzender des Stiftungsrats vom Nord-Ostdeutschen Kulturwerk Centro Interdepartinentale di Ritza-Casul-Ordine Teutonico in El Mediterraneo Universita del Salento Mitgliedschaften Johann Gottfried Herder Forschungsrat Teuotsüstu nauko verveto roniu Ehrenritter des Deutschen Ordens Werk Publikationen Deutscher Orden und Preußenland Ausgewählte Aufsätze anlässlich des 65. Geburtstages H.A.G. von Bernhard Jenig und Georg Mischels Marburg 2005 Die Urkunden des Deutschordenszentralarchivs in Wien Registen, nach dem Manuskript von Marian Tummler herausgegeben, 1122 bis 1526, drei Bände Marburg 2006 bis 2007 Herausgeberquellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung Einzelschriften der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung Veröffentlichungen aus dem Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte an der Universität Bonn Ausstellungen 800 Jahre Deutscher Orden Nürnberg 1990 Kreuz und Schwert Der Deutsche Orden in Südwestdeutschland, im Elsass und in der Schweiz Mainau 1991 Reders on Priesters Achteuven Deutsche Orde in Nordwesteuropa Oldenbiesen 1992 Der Deutsche Orden im Bonner Raum Der Deutsche Orden im Bonner Raum Der Deutsche Orden im Bonner Raum Der Deutsche Orden im Bonner Raum